The Walking Dead Das muss der Motorrad, wo die Auto-Shop ist. Aber wo ist Molly? Wo es hier lang geht. Molly, bist du hier raus? Ich glaube, ich gehe nicht da hin. Ja. Plünderer werden auf Sicht erschossen. Das ist... Was war das? Oh, ich hasse doch was. Das könnt ihr doch nicht machen. Das war doch Molly, oder? Ich hoffe, das war Molly. Damn. Das war Molly. Das war bestimmt Molly. Kommst du da hoch? Bringt dann alles zusammen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja. Sehr schön. Ach ja, werde ich angeschrieben. Ist das nicht schön? Habe ich einmal vergessen, mich auch... ...beschäftigt zu schalten während den Folgen. Oder zwischen den Folgen. Da war nämlich gerade eine kleine Imbisspause. Wo ich mir neue Getränke geholt habe. Und ein bisschen Knabberzeug. Für zwischen die Folgen. Und da hatte ich kurz geguckt, ob alles okay ist, ob es mir jemand geschrieben hat. Da muss natürlich genau in dem Moment... ...muss ich dann vergessen... ...was ist, dass ich das ausschalten muss. Oh, ein paar viele... ...muss ich nicht zu nahe kommen. Dann muss ich das natürlich vergessen, ne? Und jetzt werde ich natürlich angeschrieben. Die ganze Zeit schreibt auch keiner, wenn ich nichts aussahe, ne? Ähm... Ja, öffnen, da warten wir auch gleich mal. Gehen wir rein. Verdammt. Es ist sehr tief. Äh... Äh... Bitte, was? Upsa. Hä? Was sollen wir dann hier machen? Was? 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 Um... Okay... Molly! Was? 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 Okay, das ist etwas Persönliches. Vielleicht kennen die sich. Ein Wagenheber. Die kleine Eskapade war wohl etwas auffällig. Das sah schon so locker aus. Rödel! Rödel schneller! Rödel! Rödel! Wie der lebt noch. Was? Der ist vom Dach gestürzt und die hat ihn fast totgeprügelt. Naja, fast totgeprügeltes Quatsch. Schauen wir uns um. Schauen wir uns um. Schauen wir uns um. In einem Wagen, der hier aufgebockt ist. Ich kann sehen, wo die Batterie sein sollte. Aber es ist nicht. Perfekt. Ja, das ist ja auch nicht der einzige Wagen, der da drüben könnte auch was haben. Es sieht aus wie Crawford hat ihre eigene Semi-Trucke. Die schaut sicher nicht weiter um. Die bewacht. Wir können uns erstmal umsehen. Es ist nicht mehr sehr viel zu geben. Es sieht aus wie es die Hose für die Hydraulik. Ja. Das ist okay. Schauen wir uns mal hier. Ja, es gibt manche Regeln, da kann man nicht mit einverstanden sein. Können wir ja irgendwie den Hydraulik-Schlauch? Ich glaube nicht, dass ich diese Hose einfach mit meinen Händen entfernen kann. Vielleicht, wenn ich es mit etwas kümmern hätte. Wieso willst du die nicht kümmern? Kein Kraft. Ach so. Ich verstehe. Kannst du mir mal kurz dein Messer leihen? Ja. Vielleicht sollten wir erstmal reden. Ja, vollkommen zu Recht. Dann, dann, das ist eine gute Frage. Ja. Vielleicht hat sie noch etwas Persönliches zu klären. Was weiß denn die? Hilda? Hilda? Ich bin ja nur ganz kurz, ganz leise und vorsichtig. Was passiert, wenn ich den Hydraulik... Ich bin ja technisch nicht so bewandert. Aber wenn das die Hydraulikpumpe ist für den Hydraulikheber und der den Schlauch durchschneidet, wo ja der Druck drin ist, der das Ganze hoch hält. Fällt das dann einfach runter? Oder können wir dafür sorgen, dass das langsam abgelassen wird? Okay, ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Da ist Flüssigkeit drin. Ich habe keine Ahnung, wie sowas. Ich habe keine Ahnung, wie sowas. Ich habe keine Ahnung, wie sowas. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Nein, Scheiße! Ich versuche ihn zu lassen. Hör auf! Da ist die Batterie. Endlich geht etwas richtig. Äh... Kannst du... Ah, oh, Zeit! Ja, ne, Zeit ist doof. Ja, dann schraub sie los. Äh, schraub sie los. Und nimm sie ab. Und nimm sie mit. Ja, aber wir haben noch ein Problem hier. Lass es in hier, ich werde es tragen. Okay, folge mich. Geh deinen Scheiß! Kannst du nicht hier... Da ist eine Leiter, genau. Nimm die... Jetzt nimm die Leiter! Er geht da nicht hin! Jetzt. Ich stand zu nah dran. Überzeihung. Die Leiter war zu dicht. Das war schrecklich. Ich weiß. Da sollte man vielleicht nicht reingucken. Äh... Äh... Meine liebe Molly. Es wäre total liebreizend, wenn du mir helfen könntest. Danke. Das ist toll von dir. Schön. Schön, dass sie mich nicht zurückgelassen hat. Jetzt sind wir auf dem Ruf. Hörst du immer zu klagen? Komm schon. Was tust du? Was machst du da? Wir sind hier nicht mehr Matrix. Bist du verrückt? Ich weiß nicht, Mann. Äh... Schön. Schön, dass das geklappt hat. Den Sturz hätte ich glaube nicht überlebt. Ich habe ja Höhenangst. Bei mir würde sowas nicht funktionieren. Das wäre mich bescheuert. Abgesehen hätte sie mich gar nicht heben können. Mit ihren dünnen Ärmchen. Die Batterie! Die Batterie! Die Batterie! Die Batterie! Die Batterie! Die Batterie! Ah ist das? Ach... Ach... Ihr steht aber immer noch vor derselben Tür. Ich habe in der Zwischenzeit einen Haufen Mist hier gemacht und du hast es noch gar nicht geschafft, ne? Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Immer noch nicht. Ja, das ist ja... Nein, ich wollte es doch nur überspringen. Das klappte ja weniger. Schauen wir uns mal weiter um. Da haben wir ja auf der einen Seite hier noch Kenny. Ich bin doch da. Ich bin doch da. Ich bin doch da. Oh, Mensch. Haben sie aber wieder ein bisschen vom Zoom mitgebracht. Ein, zwei Freunde. Ja, das ist Top dazwischen. Sehr schön. Machen wir weiter zu. Die Axt sollte doch halten. Also, wenn die nicht hält, dann will sie... Oh, nee, was man noch halten soll. Zwei Kanister, die zwei. Wir sind nicht auf jeden Fall auf jeden Fall. Wir gehen nach der Klasse. Wir geben uns eine Hand mit diesen Fühlenkampen. Sie sind eine ganze Menge. Sie sind eine ganze Menge. Du bist zurück. Ja, und wir haben auch ziemlich gut gemacht. Großartig, Kenny. Wie geht's mit dem Tür? Nicht so gut. Hier, ich gebe dir eine Hand. einfach sprechen dagegen sprechen wir mal mit allen da war das deutsche wir sitzen alle im selben boot viel besser weil wir ja alle versuchen auf ein boot zu kommen nein nicht gut so you're a cancer survivor like verlin and the others yeah i was diagnosed when i was in college been getting treatment ever since just when i was starting to get better when i thought there might be some hope all this happened lost my whole family i'm the only one who survived funny how things work out ich wollte gerade sagen ist das nicht ein bisschen ironisch wir haben den krebs besiegt oh die apokalypse das ist schon fies das ist schon hart kann ich mir vorstellen also ich meine es jetzt auch nicht böse oder so aber es ist ja wirklich schon schon echt gemein so wie das leben spielt das ist wie in hitman ganz an der ersten mission wo du da bis zu dem fenster da entlang kletterst der am telefon steht und sagt ja es ist kein krebs es ist kein krebs in dem du ziehst du den raus und wirfst dann die klemme runter das ist schon fies how long have you known vernon couple of years he ran our support group he was really great helping me come to terms with my disease but how do you come to terms with something like this with a place like crawford i don't know what i or the other survivors would have done without vernon he's the one who held us together kept us alive what do you think about this whole crawford situation i'd rather not talk about it too many awful memories even being back here gives me a bad feeling even now with everyone dead i got no sympathy for what happened to these people they weeded out the sick and the old even children those least able to defend themselves so that they could save their own skins whatever happened here however crawford fell i consider it poetic justice damn girl that's cool it's how i feel if you'd seen what i seen you'd feel the same i'm a little busy here lee maybe you should go get that battery or help with the medicine you're okay clam yeah this desk is just like the ones we have in my school i know it's weird but i kind of miss it being in school me too i used to be a teacher remember tell you what when we found ourselves a safe place set up a little classroom just you and me will there be homework no homework where's molly you can't go running air she'll be back soon i hope she's okay she'll be fine she's pretty tough do you think things will ever be normal again just like the way they were before i don't know sweet pea but we all have to believe they will remember what Katja said back on the farm she said we'll all be home soon and now she's dead but we're not we're still alive and we have to keep hope alive too it's the one thing none of this can take away what do we still need we already got the fuel in the battery once we find some medicine we'll be good to go so where's this battery you found molly has it she ran off to do something well she'd better bring it back here i don't know why you trusted that girl with it we hardly know her she saved your life didn't she yeah but what has she done for me lately dein leben gerettet hei le good Kenny is our here wie hieß die keine ahnung Kenny is auch ziemlich paranoid was das angeht na gut ich kann mal gucken was die Leute so an Hilfe ach nee Moment mal ja das sind schon überlänge hier wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin tschüss bis dahin 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 bis dahin